Wir werden hier hin und kommen, ne? Mhm. Aber, haben Sie schon vollkommen recht, ne? Ja, auf Video zu machen, um sich klar. Ich seh hier, ähm, Sachen auf dem Boden. Die schleimig sind. Schnellstecken. Wo ist Ronny eigentlich? Ich hab Ronny noch letztes am See gesehen, also gestern. Ronny. Echt? Du hast mir noch voll erzählt gerade. Hä? Du darfst auch vorhin noch die Nacktschwecke weggetreten. Du siehst eine Mörder. Eine Schildkröte. Nein, eine, äh, wie nennt man diese Dinger? Weinbergschnecke? Mit nem Schneckenhausen. Eine Nacktschnecke. Und Nacktschnecke. Nacktschnecke. Also Schnecken. Genau, das hab ich weggedreht. Eine Schnecke. Eine Schnecke. Oh mein, wie viel das Wort ist ja, obwohl ich sofort Nacktschnecke in meinem Kopf hatte. Schnecken. Schnecken sind schon was vollzies. Guck mal. Wirst du das? Mhm. Wirst du das auch? Guck mal. Schnecken sind schon eine einzige Fassation. Fassation. Eine Schlecke ist eine Faszination. Faszination. Eine Schlecke ist eine einzige Faszination. Faszination? Faszination. Ich komm gleich hin, Alter. Faszination ist das ganz richtig? Ja, ganz. Was? Ja, ganz richtig. Oh, ein Busch ist im Weg. Warte mal. Ein Busch getrennt habe ich doch. Guck mal da hoch. Na und? Ich dachte, dass ich wohl denke. Ist doch mir egal. Es ist Sonntag. Ist ein Tor. Also ich muss nach vorne hin. Ich muss da dann.